Musik In Michael Czernys schwebenden Gärten wachsen auf Lavastein ganz herzallerliebste Bonsai-Bäumchen. Musik Bei Gechillt gegrillt lässt uns Klaus Winter an seinem Geheimwissen zum Thema Grillrostreinigung teilhaben. Musik Ja, der Sommer ist da und uns zieht es nach draußen. Der ein oder andere Regenschauer, der kann uns davon auch nicht abhalten. Und deswegen sind wir heute mit Bauen und Wohnen auch ganz viel im Garten. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir starten auch gleich mit einem Bäumchen, das weltweit eine riesen Community hat. Und zwar Bonsai-Bäume. Ganz kleine Bäume, die wunderschön aussehen. Neulich waren wir unterwegs und da sind uns sogenannte schwebende Gärten aufgefallen. Wir waren so begeistert, dass mein Kollege Joe von Hühnerbein gleich nochmal losgezogen ist. Na, was haben wir denn da? Einen Felsen, auf dem ein sehr kleiner Baum wächst. Seit wann wachsen Bäume auf Steinen? Ist das Kunst oder einfach eine Laune der Natur? Heute besuchen wir Michael Czerny, der diese kleinen Wunderwerke erfunden hat. Musik Ich bin ein großer Naturfan, bin schon seit jung in der Natur draußen. Und Bonsai kam tatsächlich durch die Karate-Kit-Filme, Mr. Miyagi, man kennt es noch. Und so war ich fasziniert von diesen kleinen Bonsai-Bäumchen. Ich mache die ganz normal, traditionell seit der frühen Jugend in der Schale. Wollte aber mehr zurück zur Natur. Und diese Schale war mir zu gezwängt. Und auch vom Aufwand im Sommer muss ich drei, vier Mal am Tag gießen bei den Temperaturen, die wir haben. Und habe dann experimentiert mit Steinarten, mit Felspflanzungen, Insteinpflanzungen. Und so ist die Geschichte auf dem Lavastein entstanden, als schwebender Garten. Weil selbst Michael es noch nicht geschafft hat, Steine in der Luft schweben zu lassen, baut er einen Standfuß aus einem massiven Eichenbalken, der in seinem früheren Leben in einem Fachwerkhaus verbaut war. Die morschen Stellen bürstet er weg und dann wird der Balken mit Leinöl-Firnes eingestrichen. Damit er auch so lange hält wie der Bonsai-Baum. Und die können ziemlich alt werden. Damit der Balken stehen bleibt, wird er auf eine Kalksteinplatte geschraubt. Der weiße Stein ergibt einen schönen Kontrast zum dunklen Holz. Um dieses Loch in das uralte Eichenholz zu bohren, müssen Michael und sein Bohrer richtig kämpfen. Die Edelstahlstange verbindet dann den Balken und den Stein, auf dem das Bäumchen, wundersamerweise, wachsen wird. Wie das überhaupt möglich ist, sehen wir jetzt. Und dabei geht es ordentlich zur Sache. In den Lavastein wird eine Vertiefung eingefräst. Das ist eine ganz schöne Drecksarbeit, geht aber recht schnell, weil der Stein porös ist. Lavagestein ist mineralienhaltig und wasserspeichernd. Also perfekt geeignet als zu Hause für unseren kleinen Baum. Es ist Lavastein, aber Lava ist nicht gleich Lava. Es gibt Lava aus der Eifel, aus dem Deutschen. Dann gibt es Lava aus Sizilien, Italien. Dann gibt es Lava aus Asien. Mit diesen Gesteinsarten habe ich alle experimentiert. Es geht um die Poröse, die Schwere von den Steinen und diese ganzen Geschichten. Also die Bäume sind für draußen überwiegend. Ich habe auch welche, wo ich Innenbepflanzung mache. Das sind dann tropische Baumarten. Aber überwiegend 99% mache ich für außen. Die Bäume sind tatsächlich Sommer wie Winter draußen. Die bleiben auf dem Stein. Man muss sie nicht abdecken oder schützen. Außer es sind mediterrane Bonsai-Arten wie Olivenbaum oder sowas. Das muss man ins Kalthaus oder ein bisschen in die Garage, wie man es auch aus den Topfpflanzen kennt. Aber sie bleiben Sommer wie Winter draußen. Sie brauchen ihre Jahreszeiten. Es sind keine Zimmerbonsais oder Tropenbäume. Zum Teil sind es Bonsai-Bäume aus einheimischen Bäumen, Lärchen, Kastanien, Aarhörner, Sommer wie Winter voll draußen. Hier haben wir einen wunderhübschen 13 Jahre alten Zierapfel-Bonsai. Jeder schwebende Garten ist ein Unikat. Lavastein und Bewuchs werden individuell für jedes Bäumchen ausgesucht. Das Moos dient zusätzlich als Wasserspeicher. Also es gibt einige Geheimnisse zu dem schwebenden Garten, die ich selber jahrelang herausfinden musste. Durch Experimente, das fängt an bei den Substratarten. Es geht weiter über Moosarten, welche die Hitze, die Sonne vertragen im Sommer, die nicht braun, nicht schwarz werden. Also es ist nicht so, dass man in den Wald gehen kann, da Moosarten nehmen, draufklatschen. Das wird braun, das wird schwarz, das habe ich über ein Jahr gebraucht. Mittlerweile ziehe ich das Moos überwiegend selber, das sind Steinmoosarten. Ich sage mal so, bei diesen Sommern, wo wir die letzten Jahre haben, muss ich schon ein enormes Zugießen im Sommer machen. Im Frühling und Herbst gehen sie mit den Jahreszeiten mit. Da regnet es öfter, wir haben nachts kühler, wir haben Feuchtigkeit über die Nacht, das Moos speichert die Feuchtigkeit. Aber im Sommer sollte ich ein tägliches Zugießen machen. Spätestens, sage ich mal, auf dem Lavastein, alle drei Tage braucht er definitiv Wasser. Michael fertigt diese fast unwirklich scheinenden Kunstwerke auch auf Kundenwunsch. Unser Zieräpfelchen gesellt sich jetzt zu seinen schmucken Kollegen in der Ausstellung. Sie sind relativ plägeunintensiv, weil es ist ja ein Kunstwerk. Der Baum ist in den Stein gepflanzt, also nicht nur obendrauf. Der Stein, wie man vorher gesehen hat, ist komplett ausgehöhlt. Man muss lediglich einen Rückschnitt machen, ein bis zwei Mal im Jahr, weil die Bonsai-Bäumchen, die ich auf den Stein pflanze, sind formvollendet, sage ich mal. Und es geht um die Formerhaltung. Bei den Laubbäumen die Krone wieder zurückschneiden, bei den Nadelbäumen die Stufung wieder ein bisschen herausarbeiten. Aber wenn der Kunde sich das nicht traut, darf er mich jederzeit anrufen, dann mache ich die Betreuung mit. Ich lasse meine Kunden nicht im Stich. Michaels schwebende Gärten sind weltweit einzigartig. Das hat seinen Preis. Es kommt tatsächlich überwiegend auf den Baum drauf an, weil es ist ein Unterschied, ob ich einen Kiefer mit 90 Jahren draufpflanze. Man muss sich vorstellen, es haben zum Teil drei Generationen an diesem Baum gearbeitet, ihn so gezogen, perfektioniert, wie er jetzt ist. Oder ob es eine Jungpflanze ist mit sieben, acht Jahren, wie ein Lerchenwäldchen oder so, die ich auch selber zukaufe. Es fängt an bei, sage ich mal, 400, 450 bis nach oben, je nach Baum, je nach Steingröße, je nach Aufwand. Manche der schwebenden Gärten haben integrierte Beleuchtung. Und genau, so setzen sich die Preise zusammen. Bei guter Pflege, sage ich mal, überlebt er uns, weil es sind ganz normale Baumarten, die einfach zum Bonsai gezogen werden. Man kann aus jeder Baumart einen Bonsai ziehen, durchschneiden, durchdrahten, das ist die Kunst dabei. Und wie gesagt, sie werden ganz normal so alt wie ihre natürlichen Vorbilder und bei bester Pflege überleben sie uns. Ich könnte also mit diesem Apfelbäumchen den Rest meines Lebens verbringen. Eine schöne Vorstellung. Also, dass ich jeden Baum zu einem Bonsai-Baum machen kann, das ist mir auch neu, aber echt faszinierend. So, wir kommen nun zu einem Thema, das wir fast alle kennen. Wir machen den Grill auf und der Rost ist schwarz und dreckig. Tja, man hat vergessen zu reinigen. Doch wie macht man den Grillrost richtig sauber? Mit der Zeitung oder vielleicht doch mit der Bürste? Unser Klaus Winter erklärt Ihnen heute in Gechillt gegrillt auf seine ganz unnachahmliche Art, wie Sie alles wieder sauber kriegen. Gechillt gegrillt wird Ihnen präsentiert von Mein Steak. Meine Küche, mein Planer. Musik Heute geht es um das leidige Thema, wie reinige ich meinen Grillrost? Und dazu müssen wir natürlich erst mal schauen, was gibt es überhaupt für Grillroste? Es gibt Stahlroste, die würde ich Ihnen nicht empfehlen, weil die tun genau das, wie sie heißen, die rosten. Und die nächst bessere Qualität sind dann Edelstahlroste, wie beispielsweise hier in diesem Fall oder in diesem Fall, der ist etwas dicker. Edelstahlroste sollte man unbedingt darauf achten, dass die nur auch mit Edelstahlbürsten gereinigt werden oder mit Messingbürsten, komme ich aber gleich dazu. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen gusseisernen Grillrost, wobei es ist kein Grillrost, sondern eine Platte, wird aber genau gleich gereinigt. Und dann wäre noch die dritte Kategorie, nämlich ein emaillierter Stahlrost. Das heißt, innen drin ist das Stahl, außen ist Emmaille drauf, lässt sich sehr gut reinigen. Hat nur einen Nachteil, wenn es runterfällt, kann natürlich ein bisschen was von der Emmaille abspringen. Aber ich meine, wer wirft sein Grillrost schon runter? So, und dann habt ihr wahrscheinlich alle schon davon gelesen oder gehört, man kann den Grill ausbrennen. Und das macht ihr nicht, denn dann brennt ihr den Dreck erst richtig drauf. Man kann natürlich dieses getrocknete Zeug nachher schon abkratzen, aber es wird nie ganz weggehen. Und dann hat man immer Bitterstoffe auf dem Fleisch, was tatsächlich niemand will. Das heißt, das Pyrolyse-Verfahren ist tatsächlich von Männern entwickelt worden, die keine Lust haben, ihren Grill zu putzen. Mechanisch geht es ganz einfach. Hier haben wir verschiedene Messingbürsten. Ist völlig egal, welche wir da nehmen. Die rostet nicht. Wir haben hier eine Edelstahlbürste. Wir haben hier ein pfiffiges Teil mit verschiedenen Durchmessern, wo man also sowohl auf sehr breiten Grillrosten entlangfahren kann, als auch auf kleinen Grillrosten und die Verschmutzung entfernen kann. Und dann hier auch ein ganz schönes Teil, ein Holzspatel, mit dem man natürlich den Grillrost unter keinen Umständen verletzt. Das heißt, gerade auch zum Beispiel ein emaillierter Grillrost bleibt dadurch heile. Und dann gibt es noch Trick 17. Einzige Voraussetzung, Sie lesen ab und zu mal Tageszeitung. Da können Sie nämlich den Grillrost ganz einfach in eine Kiste legen, eine Zeitung drauflegen und das Ganze in Wasser einweichen. Und dann löst über Nacht die Druckerschwärze aus der Zeitung, da entsteht so eine Säure. Hier wunderbar das ganze Fett und die ganzen Verkrustungen. Man kann es vielleicht auch sehen, ich kann das wirklich mit der Hand hier abkratzen. Das ist ein Grillrostreiniger für Arme. Ihr seht, also selbst auf die ganz einfache Methode kann man seinen Grillrost reinigen und kostet fast nichts. In diesem Sinne, mechanische Reinigung ist immer noch die beste und vor allem auch die Kosten günstig sehen. Klaus, wie er leibt und lebt. Also das Pyrolyse-Verfahren wurde von uns Männern entwickelt, die keinen Bock haben, den Grill zu putzen. Vielen herzlichen Dank für diese Erkenntnis. Wir machen nun eine ganz kurze Pause. Danach geht es bei uns weiter mit blühenden Gärten im Spätsommer und Herbst und großen Bäumen. Bis gleich. Wir erklären den Direktvertrieb. Das ist Karin. Sie ist Direktberaterin. Die Nähe und der persönliche Kontakt zu ihren Kunden sind ihre größten Stärken. Aber was macht Karin genau? Als selbstständige Unternehmerin bringt sie Produkte eines Direktvertriebsunternehmens an den Mann oder an die Frau. Das heißt, diese Produkte sind nicht im stationären Handel erhältlich, sondern Karin vermittelt diese für das Direktvertriebsunternehmen exklusiv an ihre Kunden. Sie informiert und berät auf unterschiedlichen Wegen. Telefonisch, online oder direkt vor Ort bei den Kunden. Die finden das super. Sie können alles ausprobieren, werden persönlich betreut und alle Fragen beantwortet Karin direkt. Wird ein Produkt gekauft, erhält sie dafür eine Provision. Anton wurde auf einer Produktpräsentation auf Karins Tätigkeit aufmerksam. Da er es schon immer spannend fand, mit hochwertigen Produkten zu arbeiten, ist er Karins Beraternetzwerk beigetreten. Anton profitiert von Karins Unterstützung und Karin erhält zusätzlich einen Bonus vom Direktvertriebsunternehmen. Wenn Karin und Anton ihren Umsatz steigern, wächst auch ihr Bonus. Als selbstständige Direktberater sind beide ihr eigener Chef und haben starken Rückhalt durch die Wirtschaftskammer. Sie haben noch Fragen zum Direktvertrieb? Mehr Informationen finden Sie unter www.derdirektvertrieb.at Da kommt ein fremder, unheimlicher Mann mit einem Mantel und einem großen Hut. MDR 2021 MDR 2021 MDR 2021 MDR 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und weiter geht es bei Bauen und Wohnen. My home is my castle und der Garten ist die Oase. Umso mehr, wenn es dort das ganze Jahr über blüht. Das Thema ist, die meisten Pflanzen haben keine Blüten mehr ab Sommer. Es gibt aber auch Pflanzen, die im Herbst auch noch den Garten richtig verschönern. Der Garten. Für viele ein Rückzugsort vom alltäglichen Stress. Ganz besonders schön ist es dort natürlich, wenn es reichlich blüht. Im Frühling und im frühen Sommer kein Problem, aber oft verliert die heimische Oase die Blütenpracht in der zweiten Jahreshälfte. Gerade jetzt, um die Jahreszeit, wo die Temperaturen angenehm sind, gibt es ja nicht allzu viele Dinge, die da blühen. Früher hat sich das auf die Kübelpflanzen beschränkt, Oleander, Trompetenbaum, was man da so hatte. Mit dem Nachteil, dass das alles über Winter eben rein musste, hell und frostfrei überwintert werden musste, was letztendlich Arbeit bedeutet. Dementsprechend hat man nach Alternativen gesucht, die wirklich jetzt, Juli, August, September blühen und die eben dauerhaft im Garten draußen bleiben können. In seiner Baumschule hat Christian Müller einige Pflanzen stehen, die genau diese Lücke im Garten schließen können. Die erste Pflanze, die ich gerne vorstellen würde, ist der Siebensöhne des Himmelsstrauch, außergewöhnlicher Name. Botanisch Heptacodium ist eine Pflanze, die sich hier als unwahrscheinlich stabil gezeigt hat, auch gerade gegen die sehr heißen, trockenen Phasen. Jetzt ist Ende Juli und die ist noch knospig, das heißt, die beginnt bis in 14 Tagen in etwa zu blühen. Die offene Blüte, rein weiß und im Abblühen wird die richtig intensiv rot, bringt eine leichte Herbstfärbung mit, verliert dann das Laub und ist aber auch wunderschön vom Holz, was sich so leicht schält und somit auch eine tolle Schmuckpflanze über den Winter ist. In der Tat ist es so, dass uns die klimatischen Verhältnisse deutlich mehr Möglichkeiten bieten, gerade weil auch die letzten Winter nicht so beißend kalt waren. Darüber hinaus haben wir die Rispenhortensien. Es ist natürlich auch etwas, was jetzt ein wahres Blütenfeuerwerk ist. Wenn man die Möglichkeit hat, nimmt man da die Sorten, die eben nicht steril sind, das heißt, die entsprechende Pollenansätze auch haben. Da tut man den Bienen und den Insekten einen Gefallen. Wir empfehlen immer bei den Rispenhortensien, die trockenen Blüten auch über den Winter stehen zu lassen. Da gibt es tolle Sorten wie Diamond Rouge oder Vimus Red, die rein weiß in voller Blüte sind und dann im Abblühen richtig rosa bzw. pink werden und dann nochmal eine ganz andere Farbe in den Garten bringen. Das ist die erwähnte Albize, auch Seiden- oder Schlafbaum genannt. Hier sieht man eine Blüte, die voll offen ist gegenüber den Knospen, die sich erst noch entwickeln und in den nächsten vier, sechs Wochen dann blühen werden. Man sieht dann, dass sie nicht alle gleichzeitig blühen, sondern über einen langen Zeitraum immer und immer wieder Blüten bringen. Neben dem relativ feinen, gefiederten Laub, was auch erst leider sehr spät im Jahr kommt, aber viele Sachen, die im zweiten Halbjahr blühen, sammeln erstmal Kraft und kommen dann jetzt eben zur vollen Schönheit. Möglichkeiten gibt es also, den Garten so abzustimmen, dass immer etwas blüht. Planung heißt hier das Zauberwort. Die Planung ist letztendlich das A und O beim Thema Garten oder wenn ich möchte, dass die ganze Zeit etwas blüht. Also da vernünftig hinsetzen und sagen, Mensch, wann bin ich denn wo? Da schließe ich für mich auch der Kreis. Gehören Dinge, die eben jetzt blühen, wo ich auf der Terrasse sitze, in dem Bereich, wo ich sie auch von der Terrasse aus sehe. Egal ob Albizie oder Hortensie, wenn man das Projekt immer blühender Garten angeht, findet man beim Gärtner des Vertrauens jedenfalls eine wichtige Unterstützung. Und von den blühenden Pflanzen kommen wir nun zu den großen Bäumen. Einmal im Leben sollte ein Mann einen Baum pflanzen. Das gleiche trifft natürlich für die Frauen auch zu. Und was meint unser Redakteur Joe? Bäume sehen im Garten nicht nur super aus, sondern sie tun auch etwas gegen den Klimawandel. Also, wenn Sie nun einmal im Leben mindestens einen Baum pflanzen wollen und etwas für den Klimawandel tun wollen, dann schauen Sie jetzt genau hin. Bäume. Zu finden sind sie in fast jedem Garten. Peter Sanzenbacher ist Gärtnermeister und gibt uns heute hilfreiche Tipps rund um den Baum. Seit mehr als neun Jahren arbeitet er im Hofgut Zirnau im Kreis Esslingen. Wer sich einen Baum zulegt, muss darauf achten, dass er von Anfang an eine gewisse Stammhöhe hat. Das heißt, Sie brauchen von der Topfoberkante bis zu dem Ansatz, wo der erste Ast kommt, brauchen Sie eine Höhe, wo Sie nachher drunter laufen können. Im Schnitt kostet ein sogenannter Hausbaum rund 300 Euro aufwärts. Wie uns der 61-Jährige erzählt, sollte am besten im Frühjahr oder Herbst gepflanzt werden. Nach der Pflanzung ganz wichtig natürlich gießen. Besonders sind es Sommermonate, aber auch sonst. Beim Thema Gießen hat der Gärtnermeister hilfreiche Tipps. Ein Baum dieser Größenordnung braucht bei 20 Grad Temperatur, zweimal in der Woche Wasser, bei 30 Grad dreimal. Pro Gießvorgang 50 Liter. Beim ersten Mal ist einfach empfehlenswert, dass man das mit einer Gießkanne macht. Wenn man gar kein Maß hat, was kommt überhaupt aus meinem Schlauch raus. In eine Gießkanne passen 10 Liter. Heißt, einfach fünfmal die Gießkanne füllen. Dann ist der Baum optimal gegossen. Das Gießen hängt auch stark mit der Pflanzengesundheit zusammen. Den größten Schaden haben sie dadurch, dass zu wenig Wasser gegeben wird. Man kann das am schnellsten erkennen, wenn die Pflanzen innen viele gelbe Blätter bekommen. Das ist ein Pegel dafür, dass einfach viel Wasser fehlt. Damit der Baum wortwörtlich in Form bleibt, muss unbedingt ein Rückschnitt gemacht werden. Auch hier gibt es eine Faustregel. Alle Bäume, die im ersten halben Jahr blühen, schneidet man direkt nach der Blüte. Alle, die später blühen, im Frühjahr oder im Herbst. Sie sehen hier den ganzen Trieb, der jetzt dieses Jahr gewachsen ist. In der Regel lässt man von dem neuen Trieb einen kleinen Teil davon dran. Das ist nicht genau festgelegt, wie viel das ist, sodass einfach ein Rest von dem bleibt. Und auch im Inneren der Baumkrone sollten kleine Äste entfernt werden. Dass einfach die Pflanze mehr Licht innen drin hat. Wer also ein paar Handgriffe rund um den Baum beachtet, der hat auch lange etwas davon. Und nicht nur Sie als Gärtner. Denn je nach Art können Bäume mehrere hundert Jahre alt werden. Im Garten sorgen die Pflanzen und die Bäume für die richtige Stimmung. Abends zu Hause das Licht. Wir sprechen gleich mit einem Experten darüber, wie Licht unser Wohlbefinden und unsere Stimmung verändern. Bis gleich. Musik Musik Da kommt ein fremder, unheimlicher Mann mit einem Mantel und einem großen Hut. Musik Musik Da kommt ein fremder, ein fremder, ein fremder, ein fremder, ein fremder. Musik Wir erklären den Direktvertrieb. Das ist Karin. Sie ist Direktberaterin. Die Nähe und der persönliche Kontakt zu ihren Kunden sind ihre größten Stärken. Aber was macht Karin genau? Als selbstständige Unternehmerin bringt sie Produkte eines Direktvertriebsunternehmens an den Mann oder an die Frau. Das heißt, diese Produkte sind nicht im stationären Handel erhältlich, sondern Karin vermittelt diese für das Direktvertriebsunternehmen exklusiv an ihre Kunden. Sie informiert und berät auf unterschiedlichen Wegen. Telefonisch, online oder direkt vor Ort bei den Kunden. Die finden das super. Sie können alles ausprobieren, werden persönlich betreut und alle Fragen beantwortet Karin direkt. Wird ein Produkt gekauft, erhält sie dafür eine Provision. Anton wurde auf einer Produktpräsentation auf Karins Tätigkeit aufmerksam. Da er es schon immer spannend fand, mit hochwertigen Produkten zu arbeiten, ist er Karins Beraternetzwerk beigetreten. Anton profitiert von Karins Unterstützung und Karin erhält zusätzlich einen Bonus vom Direktvertriebsunternehmen. Wenn Karin und Anton ihren Umsatz steigern, wächst auch ihr Bonus. Als selbstständige Direktberater sind beide ihr eigener Chef und haben starken Rückhalt durch die Wirtschaftskammer. Sie haben noch Fragen zum Direktvertrieb? Mehr Informationen finden Sie unter www.derdirektvertrieb.at Ja, liebe Zuschauer, bei uns geht es jetzt weiter mit dem Thema Licht. Und zwar, wie uns Licht positiv, wie auch negativ programmieren kann. Außerdem haben wir eine Neuheit im Studio, eine Lampe aus dem 3D-Drucker aus nachhaltigen, natürlichen Materialien. Und im Studio begrüße ich ganz herzlich Marcel Siller. Hallo, grüß Gott. Herr Siller, was macht eigentlich jetzt gutes Licht aus? Man spricht immer so einfach, achte auf das Licht. Also gutes Licht liegt überwiegend im Farbspektrum. Wir reden von gutem Licht, wenn das Licht ein gutes Farbspektrum hat. Und da unterscheidet sich einfach der Spreu vom Weizen. Und wie schaffe ich es mit Licht, mich positiv zu programmieren? Auch wieder über das Farbspektrum. Es ist einfach so, wenn ich das Licht richtig bedarfsgerecht einsetze, dann kann ich mich mit Licht aktivieren. Zum Beispiel mit einem höheren Blaulichtanteil. Aber auch am Abend zum Beispiel mit warmem Licht, mit geringem Blaulichtanteil, mich in die Entspannungsphase zurückholen. Und so für besseren Schlaf zu sorgen. Jetzt kommen wir kurz zum Arbeitsplatz. Da sagen ganz viele Menschen, boah, ich habe trockene Augen, ich werde zu müde. Liegt das auch im Licht? Auch da wieder, das liegt am Farbspektrum. Und eigentlich ist es erschreckend, diese Aussage, wenn Menschen sagen, ich habe am Arbeitsplatz, werde ich müde durchs Sehen. Und das liegt daran, dass heute sehr viele Lampen verbaut sind, die ein sehr schlechtes Farbspektrum haben. Umso besser, umso höher das ist, umso leichter fällt es mir, den Kontrast zwischen Schwarz und Weiß beim Lesen herzustellen zu können. Ich dachte immer, die neuen LEDs sind so gut. War die Glühbirne vielleicht doch besser teilweise? Nein, die Glühbirne war das Nonplusultra. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, das ist so. Es hat sich aber dann über die Jahrzehnte in der Lichtindustrie, auch durch die Energiesparlampe, sich Lampen eingeschlichen in unserem Gebrauch, die nicht nur schlechtes Licht machen, sondern auch gefährlich sind durch Giftstoffe, die sie enthalten. Heute mit der IDD-Technik besteht die Möglichkeit wieder, ein Licht zu produzieren, das vom Farbspektrum her gleich der Glühbirne ist und trotzdem energieeffizient zum Einsetzen. Und damit mir jetzt zu Hause ein Licht aufgeht, wie plane ich zu Hause überhaupt mein Licht? Sehr früh. Umso früher, umso besser. Ganz wichtig vor der Elektroplanung. Weil nur dann können wir in der Lichtbranche die Räume analysieren, bedarfgerecht mit ihnen ein Konzept ausarbeiten, wo man halt wirklich das Licht liefert, was sie zum Leben brauchen. Jetzt hört man auch immer wieder in diesem Zusammenhang die Worte Human-Centric Lightning. Was ist das? Ein super Ansatz zur Steuerung von Lampen. Wenn man jetzt dieses Human-Centric Lightning noch in Kombination mit gutem Licht bringt, also mit farbechtem Licht, erreiche ich das Nonplusultra und liefert dem Menschen bedarfsgerecht das Licht, das er wirklich braucht. Jetzt kommen wir kurz zu den ökologischen Lampen aus dem Drucker. Wie soll das funktionieren, bitte? Wohin will ja auch ein Weg. Also wir produzieren wirklich diese Lampen aus 100% nachwachsenden Rohstoffen. Das Filament, das Rohmaterial kommt auch aus Vorarlberg und wird auch im Vorarlberg produziert. Das Einzige, die Lichtplatine, ist der einzige Teil der Lampe, der noch elektroschrottisch. Und da kommt aber das positive Licht raus. Okay. Wie nachhaltig und ökologisch sind denn solche Lampen? Die ist so ökologisch, dass sie sie sogar am Ende der Lebensdauer auf dem Bio-Komposthaufen entsorgen können. Kommen wir nochmal kurz zurück. Gutes Licht, schlechtes Licht. A muss ich sehr erkennen. Zweitens, wo liege ich preislich? Weil es gibt ja total günstige LEDs und es gibt auch teure. Beim Erkennen ist es leider Gottes so, dass die heutige Kennzeichnungspflicht auf den Verpackungen mir fast keine Möglichkeit geben, gutes Licht zu erkennen. Da bedarf es wirklich noch sehr viel Aufklärungsarbeit, um dem Endnutzer hier etwas an die Hand zu geben, wo er wirklich entscheiden kann, ist das jetzt ein positives Licht für mich oder ein negatives Licht. Wie gesagt, da muss in der Kennzeichnungspflicht nachgearbeitet werden. Preislich ist es so, wenn jemand Wert auf gute Qualität legt und auf gute Lichtqualität legt, ist es für jeden erschwinglich. Wenn ich jetzt zum Beispiel über so eine Lampe auch mal spreche, wo ich sage, was ganz anderes? Solche Lampen bewegen sich von 300 Euro weg bis zur Stehlampe mit 2000 Euro, wo jedoch, wie gesagt, dieses positive Licht jedem liefern. Herr Siller, vielen herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio. Ich sage auch vielmals Danke. Liebe Zuschauer, das war es für diese Woche wieder mit Bauen und Wohnen. Also, wenn es um das Thema Licht geht, sparen Sie bitte nicht am Geld und achten Sie auf die gute Qualität. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommende Woche wieder einschalten, dann haben wir diese Themen für Sie. Tschüss. Mit Stecklingen kann man ganz einfach seine Lieblingspflanzen vermehren. Gärtnermeister Reich zeigt uns, wie es geht. Immer öfter wird Wandfarbe mit Silikatanteilen anstatt der üblichen Dispersionsfarbe verwendet. Wir erklären, warum das so ist.